Willkommen zu Hause, Howard. Oh nein, als wären wir gar nicht hier. Oh, ich will hier nicht sein. Das ist echt schlimm hier. Nein, nein, nein. Das Schloss ist kaputt. Was ist denn jetzt mit den Typen? Ich dachte, ich muss wieder zurück ins Dorf. War ja nicht vorhin noch eine Holzverkleidung? Ich bin mir sicher, dass die Ratten diese Treppe hinuntergelaufen sind. Ich kann sie immer noch leise quieken hören. Mhm. Menschen. Erscheinungen. Geister. Opfergaben. Oh Gott. Ach du Scheiße. Der hat doch die ganze Zeit geschlafen. Ich wusste es doch. War das ein Albtraum? Ja. Das war ein Albtraum. Ich habe diese Kreaturen wahrhaftig gehört. Sie sind durch die Wände gerannt in den unteren Teil des Hauses. Ich bin mir sicher, dass sie nicht hinunterlocken wollen, um mir etwas zu zeigen. Sie wollen mir den Weg zu irgendeinem dunklen Geheimnis dieses Hauses weisen. Wie dem auch sei, ich glaube, ich habe ein Geräusch aus dem Haus gehört. Ich sollte wohl besser hingehen und uns untersuchen. Ich glaube, wir sollten erstmal zurück... Achso, hier ist immer noch ein Sturm. Wollten wir nicht erstmal zurück ins Dorf fahren und mit den Typen quatschen? Und uns den Kram zurückhören, den die von meinem Großvater geklaut haben? Ich wusste doch, dass der die ganze Zeit träumte. Das war die ganze Zeit so merkwürdig. Oh Gott, mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, mein Gott! Das ist die Wahrheit. Wie Sie sehen, mein neues Körper ist nicht in gutem Form. Ich nehme etwas, um es zu reduzieren. Aber die Worms werden mich so... So. Also, hör auf. Die Zeit ist sehr kurz. Wir müssen sie stoppen. Stoppen? Wer? Nichts? Ich denke, die Drogen, die ich dir hatte, war ein bisschen viel. Was Drogen? Was sagst du? Die Drogen, die ich dir hatte, als ich dich aus dem Asylum kam. Wenn ich sie nicht gegeben hatte, dann wäre es gut gewesen. Es wurde vorbereitet durch einen sehr starken Shaman. Aber ich denke, dass es dich von erinnern hat, was passiert. Und wer du wirklich bist. Das ist alles Mist. Ich verstehe, was du sprichst. Ich verstehe, was du sprichst. Du sprichst mir hier, und ich bin hier. In der ganzen Haus meiner Ancestors. Was ist das Sinn? Was weiß ich, dass mein Vater in der Tattoo lebt? Kannst du mir erzählen, warum er sich da hat? Warum meine Mutter mir nie gesagt hat nichts über meinen Vater? Warum ich mich noch nie wusste, was ich noch nie wusste? Was passiert mit mir? Du musst dich ruhig sein. Ich bin in eine schlimme Situation. Ich weiß, dass das so blöchst ist, aber es ist passiert. Der Welt schützt secrets, die Menschen nie lernen müssen. Und wir sind ein Teil von diesen secrets. Bitte, calm dich. und versuchen zu verstehen, was ich zu sagen. Ich habe dir eine spezielle Drücke gegeben. Du hast nicht verloren, hast du? Also, keine Angst. Der Drücke wird ihn nicht verraten. Aber es wird nicht lange dauern. Wir müssen schnell finden, um die Städte zu finden. Es ist genau unter dieser Stadt und den Städten. Was? Ich erinnere mich an die Anfangsszene. Da wurden wir auf einer Trage in so einer Art Krankenhaus, also in so einem Asylum, in so einer Irrenanstalt, in so einen Raum gebracht, so einer Art OP. Und da waren auf einmal auch diese Aliens um uns herum. Und bestimmt wollten die dort schon Besitz von uns ergreifen. Was für eine versunkene Stadt. Eine versunkene Stadt? Die Necropolis-Stadt einer pre-human-reptilischen Rasse. Was ist deine Verbindung zu dieser Situation? Wie Sie wissen, wie Sie wissen, ich ging auf eine lange Zeit, fünf Jahre vor. Während meine Reise, ich suchte clues, das würde mir ein paar Insight in meine eigene Geschichte haben. Ich besuchte viele Plätze, aber ich habe endlich gefunden, meine Antworten in eine Primitiv-Först-Village. Strangely, die Village Elders sahen, mich zu wissen, und mir sagten, einige unglaubliche Dinge über meine Identität. Sie sagten, ich war in der ganzen Stadt, der sonne von ein Europäischer Vater, und eine Mutter, die sie nie gab. sie veröffentlicht. unter dem vallischen Praktiken und inhumane Traditionen. Ich schaufe sie, und zeichne Dinge, die mir verrückte Dinge, die ich noch nicht mehr daran erinnern kann. Aber eine Sache ist noch klar in meinem Kopf. Sie sagten mir immer, dass mein Körper nur ein Vessel war, und dass ich irgendwann mal wieder zurückkomme, sie zu ihnen, und sie zu erfüllen mit wahrer Essens. Und durch mein Körper, ein Gott, von den Natives, wird sie verabschiedet. Also, in a sense, bin ich einfach wie du. Etwas, das sollte nicht sein. Okay, deswegen sieht er auch so bach aus. Entweder ist er schon besessen von einem dieser Götter, oder er weigert sich dagegen. Und deswegen sieht er so aus, weil sein Körper schon total zerstört ist von den Rufen, und von den Drogen, die er sich wahrscheinlich auch selber verabreicht. Fragen wir ihn doch einfach mal. Was passiert mit deinem Körper? Es ist eine lange und witzige Geschichte. Mein Körper wurde von mir verabschiedet. Nachdem ich in dieser Verabschiedung in dieser Verabschiedung für eine lange Zeit, die Älder mich mit einem Natives, nach einem Ruin, in der Mitte einer Böden, so dünn, wie kein Mensch in uns hatte vor uns. Als wir gekommen sind, dieser Traitorische guide mich in einer tiefen Schmerz. Sie haben das all along hat nicht mit mir nur mich da. Als ich meine Augen war in einer mit schmerzen schmerzen zu schmerzen ich war nicht Menschen. Ich war allein mit Dingen die nicht Menschen waren. Sie nicht menschlich aus. Sie gab mir etwas, das machte mein schmerzen. Dann glaube ich, dass ich verletzte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hat. Aber als ich Bewusstsein hatte, war ich total schmerzen. mit dem schmerzen schmerzen zu schmerzen zu schmerzen. Aber schnell habe ich entstanden, wie schmerzen es von ihnen schmerzen. zu schmerzen zu schmerzen. schmerzen schmerzen schmerzen. schmerzen schmerzen zu schmerzen. schmerzen 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 in Und, du hättest dich völlig überrascht. Sie waren planen, um dich zu eliminieren. Und um deinen Körper zu gut zu nehmen. Aber, ich kam gerade an der richtige Zeit. Wir haben jetzt eine Chance. Ich kann es nicht alleine machen. Sie haben sich alle anderen, außer du. Schau, ich bin Mühe. Und ich muss meine Drogen bekommen. Lass uns diese Gespräche morgen weitergehen. Aber wie sehr ich auch nachdenke. All diese Dinge, die ich gesehen und gehört habe, ergeben keinen Sinn. Er ist verrückt. Das glaubt alles doch keiner. Vielleicht bin ich wirklich ein Verrückter, der ziellos durch die Welt wird und in seiner eigenen, wahrhaften Welt lebt. Vielleicht ist all dies nichts mehr als ein Traum innerhalb eines Traumes. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das alles wirkt so bizarr. So surreal. So illusionär. Als würde es nicht wirklich geschehen. So wie vorhin die Szene. Als wären wir in einem Traum, in einem Traum. Der völlige Wahnsinn. Und gleich werden wir hinuntertreten. Oder uns der Wahrheit stellen. Deshalb saubern. Und in Median, unser Leben und so surreal. Schnellung. Wir kommen nachi.